Hallo zusammen, mein Name ist Dietmar Hirsch, ich bin ehemaliger Fußballprofi und aktuell Fußballtrainer und ich möchte euch heute den Podcast Wochenschau am Mittwoch ans Herz legen. Ich selber durfte Gast in der Sendung sein, bei mir ging es um das Thema vom Spieler zum Trainer, das passte ganz gut, also war wirklich ein toller Austausch, tolle Fragen. Ich glaube, alle haben viele Eindrücke gewinnen können, wie es ist, wenn man als Spieler überlegen muss, was macht man danach, bei mir war es halt die Entscheidung, dass ich Trainer werde. Aber auch sonst, denke ich, ist die Wochenschau am Mittwoch wirklich sehr informativ, deckt eine riesige Bandbreite an Themen rund um den Fußball ab und ich hoffe, dass ihr euch auch für diesen Podcast interessiert, dass ihr gelegentlich mal reinschaut und wie gesagt, von meiner Seite wirklich Daumen hoch, macht weiter so und ich hoffe, ihr gewinnt viele Interessenten und viele Reinhörer, Zuschauer, wie auch immer, hinzu und von daher wärmstens zu empfehlen und ja, ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Reinschauen, beim Reinhören und bleibt alle gesund, euer Dietmar, ciao, ciao!